wunderschön Oureen, die kannst du das machen für Simone! Nee! Nee! Je! Okay, wir machen heute ein Wehr, oder hier! O, die Scheiße! Mit dem Weißt du... Keine Ahnung... Es ist auch ein Tisch. Ja, das ist ein Alzheimer und ja, wir würden mal starten gerne. Okay, wer von euch würde eher oberkörperfrei durch ein Maisfaldrennen? Achso, ähm. Äh. Du musst leider zwischen euch entscheiden. Achso, ja, ich hab mich nicht. Ja, ich nehme auch ihn. Äh, okay, Leute, das sehen wir gleich, wenn er oberkörperfrei durch ein Maisfaldrennen hat. Ja, Leute, ich mach das jetzt. Tschüss. Ah. Ach so, scheiße. Ah. Okay, Leute, wir sehen uns gleich, wenn das Video weitergeht. Wer würde eher vom Fahrrad fallen? Okay. Was soll ich machen? Vom Fahrrad fahren. Danke. Okay, also, noch mal. Vom Mann. Ich geh jetzt da hoch. Da hoch. Und dann war ich mit Vater 5. Und dann Dr. Cylights. Das macht er jetzt nicht ernsthaft. Doch. Das Video könnte man... Das ist ein Speciale-Effect. Okay, weiter geht's mit dem Video. Also, lasst ein Like da. Ja, Mann. Ja, Mann. Außerdem scheint die Sonne so richtig, doch man kann wahrscheinlich nichts vom Video erkennen. Alles klar. Äh. Wer würde eher rohen Fisch essen? Ähm. Hohen Fisch haben wir jetzt leider nicht da, sonst hätte er das auch noch machen können. Äh. 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 Wer würde eher einen Maiskolben abmachen und auf der Wiese dort hinten so machen, als wäre er ein Hund? Okay, also machen wir das mal. Ich soll jetzt den Maiskolben abmachen und dann hier auf der Wiese hinlegen und dann zu machen, als wäre ich ein Hund. Ja. Okay, okay. Bis gleich. Leute, das hat ihr doch brav gemacht, oder? Ja. groß okay challenge bestanden wer würde er ein bottle flip machen und ihn schaffen Ja, aber wir haben keine passende Flasche da, obwohl du dringst deine... Doch, 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 doch. Weil ganz... Keine Placements. Die Flasche da. Wow! Ich glaube nicht alle mich, alle anderen, die hier sind, versucht die zu verlinken, aber das mache ich eigentlich nicht. Ah, den verlinke ich. Der kann noch einen verlinke ich, aber den ist das so dumm. Ich weiß, deshalb habe ich auch keine Freunde. So, dann wollen wir beide. Wir nehmen nur viel Geld in den Haus. Ja, mach's. Das macht's mir so nicht. Wir können gleich mal... MLG-Moment aktiviert. Lass es mir aus den MLG-Moment gemacht, dass wir deine Eier verziehen müssen. Challenge nicht bestanden. Jetzt ist doch mal HD an der Reihe. Ich war früher, ja, der Boss ist mit King, also selbst an uns. Wer würde eher Gummi-Essen versus echtes Essen aufnehmen? Ganz ehrlich? Ja. Also... Also leider haben wir jetzt kein Gummi-Essen, nur das echtes Essen da. Aber vielleicht seht ihr das ja im nächsten Video. Fragezeichen, Aufrufezeichen. Guck mal, ich bin genetisch, bin ich dazu geil. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Wer würde eher für 1.000 Euro nackt über den Kölner Domplatz laufen? Ich! Also ich, ja. Hier, hier. Ich bin jetzt auf dem Start. Deshalb ist viel zu weit weg, ne? Da müssten wir alle Oberkörper frei durchs Maisfeld laufen. Das können wir leider nicht machen. Ich habe was anderes. Kann ich? Okay. Wer würde eher am weitesten mit der Schocke springen? Okay. Okay. Probieren wir es aus. Wuh! Wuh! Wuuuh! Wuh! Alright, Special Effect! Sprech, torment! Was ist denn die confidenceuna aquíen geral? Sprengen! Was ist denn das fábieren? Spreng! 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 Okay, er hat es auf jeden Fall bis hierhin geschafft. Mach es einen Spaß! Challenge accepted! Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ja, und alle abonnieren, ich verlinke die beiden unten. Also den auf jeden Fall, der ist nur zu dumm dafür. Den vielleicht? Den vielleicht, den auf jeden Fall, den Kameramann. Der sollte alle abonnieren, der hat weniger, ob ich das nicht erinnere. Okay, alle abonnieren, der macht bessere Videos als ich.